Hallo, Servus bei Monaco, schön, dass du da draufgeklickt hast. Heute bin ich im La Boheme beim Secret Fashion Show Brunch und hinter mir seht ihr auch schon, es gibt Champagner in der VIP Lounge und ich freue mich schon, weil es lecker Brunchen gibt, tolle Fashion, coole Leute und ja, bleibt dran, ihr seht mehr in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, dann auch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.